Was? Schlagen Sie mich ins Gesicht. Ähm, schlagen? Ja, kommen Sie, schlagen Sie mich ins Gesicht. Haben Sie nicht gehört? Wenn Sie reden, höre ich oft, schlagen Sie mich ins Gesicht, aber dafür gewöhne ich nur als Subtext. Ach, Verflucht. Danke, das war das. Doch, es reicht jetzt, John. Vergiss es hier nicht, Sherlock, ich bin so dort gewesen. Ich wünsche einen getöteten Racht. Ich hatte auch meinen schlechten Tag.